Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum von König Karl Gustav von Schweden gab es beim Jubiläumsbankett im Schloss eine emotionale Überraschung, die deutlich machte, dass der König ein wahrer Romantiker ist. Unter den illustren Gästen und dem königlichen Prunk stand ein besonderes Liebesgeschenk des Königs an seine Frau, Königin Silvia, im Mittelpunkt. Das Jubiläumsbankett war einer der Höhepunkte des Festwochenendes. Staatsoberhäupter und nordische Könige trafen sich mit der schwedischen Königsfamilie und 380 weiteren Gästen im majestätischen Rixalen zu einem Abendessen voller Pracht und Kameradschaft. Während des Banketts konnten die Gäste ein bewegendes Detail beobachten, das die Liebe des Königs zu Königin Silvia offenbarte. Die Königin trug ein Love-Armband der exklusiven Marke Cartier, ein Geschenk, das sie vor vielen Jahren von ihrem Ehemann erhalten hatte. Der Wert dieses Armbandes wird auf etwa 60.000 schwedische Kronen geschätzt. Was dieses Geschenk jedoch noch spezieller macht, ist die Tatsache, dass das Armband nie das Handgelenk der Königin verlässt. Es kann nur mit einem kleinen, speziell entwickelten Schraubendreher geöffnet werden, und der König ist die einzige Person, die dieses Werkzeug besitzt. In seiner Rede während des Banketts drückte der König seine tiefe Liebe und Wertschätzung für Königin Silvia aus und dankte ihr für ihren Einsatz für Schweden in all den Jahren. Das Paar ist seit 47 Jahren zusammen, seit ihrer leidenschaftlichen Begegnung in München. Dieses Liebesgeschenk, das Königin Silvia so stolz an ihrem Handgelenk trägt, ist eine ständige Erinnerung an die Zuneigung und besondere Verbindung zwischen dem König und der Königin und ein schönes Beispiel dafür, dass die königliche Romantik auf dem schwedischen Thron weiterlebt. Die Geschichte dieses Geschenks wird sicher viele berühren und als Erinnerung daran dienen, dass das Königshaus neben dem öffentlichen Leben und majestätischen Feiern auch zu Gästen wahrer Liebe und Zuneigung fähig ist. Die Geschichte dieses Geschenks wird sicherlich, dass das Königin Silvia so stolz an der Königin, als Erinnerung an der Königin, als Erinnerung an der Königin.